Wir reden von einer frühe Deutelobeneß. Wir wollen der Sprecher einen Dage, dass ich von Anfang sehe, dass der Kapitel, als Rache sagt, Tamane geschrebt, dass meine Mama wird der Kapitelschrift nur ersehen. Ersehen es im König. Und seit er es am Leere wurde von der Frühhäuser gesehen ist, dass er 3 Jahre alt ist. Das ist ein Kapitel, wo wir aus Krühe sehr viel lernen können. Wir wollen so eine Krühe sein, wo ein König noch verlassen wird. In dem Morgen ist der König am Haus. Ein König am Haus ist einer, die von Jesus der König lehrt. Jesus als unsere König, er lebt seine Familie. Er will, dass er in Frieden und in Frieden hat. Er ist so, dass er sein will. Wir wollen wirklich ein Leben verarmt. Und dort werden die König am Heim auch erst. Der Führer am Heim. Dort sind auch die Königs, die von seinem Haus kommen, wünschen sie sich, dass die Tinger und der Früh sich frei verarmt. Und dass er in Frieden und in Sicherheit verweilen werden. Dort werden die König am Heim erst. Und so für die Königs, wenn wir aus Krühe sind. Die König sind so, dass die König in der Pfarrer zeigt, dass er so seine Hundertmordung schafft, bringt sich ihre Normen von Wien auf. Das Pfarrer kann ich in Frieden sagen, okay, wir sollen doch von der Pfarrer schon da machen, er an's Klo machen wird von der Früh, wie sie sind. So, ich könnte nicht sagen, dass wir nicht unbedingt machen, wie es ist, um seine Normen an die Norm zu kriegen. Aber ich glaube, dass wir aus Krühe sind so, dass die Kinder eine gute Normen bringen für die Familie, dass sie auf den Tisch bringen können. Wir wissen, dass eine Familie gleich wird. Besonders eine Familie, die gut die Schöpfung hat, die alle Kliniken haben, sie spielen können. Wenn sie sich immer auf den Tisch setzen und eine Fähne vollen Worte drehen, dann wird sie auf den Tisch. Und das zeigt mir, dass wenn sie ein Bebender hat, wenn sie nicht den Knoop sind, vom Geld oder von die Schöpfung auf den Tisch bringen, du kannst doch in der Nacht, kriegst du eine gute Frühstück aus so eine Schöpfung, in Fleisch, in Gründe, in Dessert und alles auf den Tisch bringen. Wenn du das so, gut ist die Kost, mit dem, was du hast, aber die Weile seiner, die du auch bekommst, die Weile immer an zu verbeteren und die Weile eine gute Normen bringen für die Familie. Und auf den Tisch, du dich wirst du immer an an, was du nie zu tun, was du nach in der Suche. Ich kam von vielen und zu kurz kurz hier. Ich hatte schon viel Zeit, ich war gesagt, schon immer, als die Nachbarn gehen, wo sie von uns kamen, was zu tun. Die Nachbarn haben wir das nicht im Griff genommen, diecie von uns Wir haben schon einen Behörden, diese Nachbarn etwas gemacht, aber auch bei meinem starve, die Nachbarn es war snackens. Und ich glaube, der weiß noch eins, die Nachbarn auf die Nachbarn, die wir sagen können, was du nicht mehr, die Nachbarn wie du nicht mehr, zu tun kannst. Und so, von Anfang an, was wir hier wären, ist die Projekte, dass wir uns hier auch noch ein guter Abteilen haben. Hüßrein machen, Vorbe, auf dem Kopfschulpe, Gorderein machen, auf der Formschulpe, dass wir mit Tinger Top zusammenstehen, auf dem Kopfschulpe, damit wir verdienen können. Dann können wir Tinger Top auf der Formschulpe, auf der Heinerform, wie meine Schwester, können wir eine Ehe nehmen und machen die Heiner Schulpe. Und wir wollen das zu tun, wenn sie so ein Verlangen haben, dass meine Kinder, dass wir ein schöner Heim haben, wo wir genug mehr können, dass wir gerne leben können. Und so, wie wir uns früher, wollen wir wollen sein, zu tun, wird aufgrund, dass wir keine gute Normen bringen für unsere Familie. Und wenn wir uns früher auch die Frage stellen, dann sagen wir, dazu geben, wie wir was auch, was wir jetzt noch nachher machen, das ist alles Sauber P Guinea oder unserÄv changer, das ist was wir heute degree, was wir uns hier noch was zu tun. So, bitte kann auch uns hier nur ein neues Kind oder einen anderen influenzieren, Deine Pfenn. Deine Pfenn auf dem Programmieren. Deine Pfenn. Vielen Dank.